Dieser gebrauchte Mercedes-Benz A180 steht hier zum Verkauf. Die graue Limousine hat vier Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 160.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2005. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Klimaanlage, ABS, Servolenkung und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 109 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017